Welche Nachsorge würden Sie nach einer Lippenvergrößerung empfehlen? Nach dem Lippenaufspritz mit Hyaluronsäure ist in der Regel keine Nachsorge notwendig. Es kann zu vorübergehenden leichten Schwellungen kommen, die allerdings innerhalb von 24 Stunden oder spätestens einigen Tagen zurückgehen sollten. Nach dem ersten Mal sehe ich alle Patientinnen nochmals nach circa zwei Wochen, um zu sehen, ist der Effekt auch tatsächlich so, wie wir ihn uns vorgestellt haben und ist der Volumeneffekt stabil, sodass man auch hier entscheiden kann, wie viel beim nächsten Mal nachgespritzt werden sollte.